den besten zeitpunkt für eine augenlose operation bestimmen sie selber es gibt von der medizinischen seite keinen besten zeitpunkt sondern es muss in ihrem in ihrem alltag am besten reinpassen damit sie so möglich wie wenig auswahl haben es muss einfach in ihrem alltag perfekt passen und das ist eigentlich der der wichtigste punkt wann man so eine behandlung durchführen könnte ich lade sie herzlich sein unser team persönlich zu kontaktieren während des ersten gesprächs können sie erste fragen stellen und sie können auch den ersten eindruck gewinnen wie wir mit dem patienten umgehen und was sie bei uns zu erwarten haben ja 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 ja